Hm. Okay. So, hat das nicht funktioniert. Können wir denn... Wo sind denn die Kopfhörer eigentlich? Wo sind denn die jetzt hin? Wo sind denn... Klappe... Hä? Wo sind denn die Kopfhörer hin? Wo Orgel? Geht's Orgel? Hm. Aber Kassettendeck... Wo sind denn diese Blüten? Wo sind denn die Kopfhörer jetzt? Hä? Ähm... Ich bin überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Können wir... Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Dank des... Okay. Ähm... Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen Sinn das hat, diese Orgel zu spielen. Können wir hier raus? Abgeschlossen. Hm. Na, so ein Mist. Und wenn wir vorne rausgehen... Ich verstehe jetzt auch nicht, was das jetzt mit der Orgel zu tun hat oder so. Ähm... Gitarrenverstärker... Okay, aber hier vorne kommen wir dann jetzt wahrscheinlich auch nicht raus, oder? Irgendwie macht das... Hm. Ja, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich bin überfragt. Ähm... Vielleicht hat das ja doch irgendwas mit der Orgel zu tun. Ich... Ich habe einfach keine Ahnung. Muss ich wirklich zugeben. Ähm... Was passiert denn, wenn wir das... Im Stummen spielen? Wie war das denn hier? Okay, das hört die Gitarre anscheinend. Hm. Hey, das rockt! Haaaaaaah! Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Okay, äh... Wenn wir jetzt den Schalter umlegen... Da passiert auch wieder irgendwas. Okay. Ähm... Und hier... Au. Okay, ich bin jetzt wirklich etwas überfragt. Hm... Hm. Und so ist das... Wird das ein anderer Tod? Ich habe keinen Unterschied. Ja... Ich bin... Überfragt. Muss ich wirklich zugeben? Äh... Schalter... Tralala... Hm... Ne, ich weiß jetzt wirklich nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Diese... Klappe... Können wir nicht irgendwie... Ansehen? Darin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Okay, aber wo ist denn jetzt der blöde... Ähm... Ansehen? Plan B. Falls der Organist mal krank ist. Ah... Moment! Ich habe da... Warte mal. Wie haben wir denn... Ich will diese... Diesen Kopfhörer wieder haben. Wo kommen wir denn... Wo ist denn der Kopfhörer hin jetzt? Äh... Hier ist das Kabel. Äh... Sehen wir uns das mal an. Ansehen! Hallo? Okay. Also hier geht so Orgel, aber ansehen können wir die uns nicht. Das... äh... Ja, das macht durchaus... Stühle. Okay, aber sonst können wir... Zusatzbestuhlung für Feiertage. Können wir die denn benutzen? Nichts zum Zusatzbestuhlen in Sicht. Hm... Ja... Können wir benutzen. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Ja, ich würde aber gerne... Können wir da irgendwas... Das ist kein Walkman. Okay... Ähm... Aber wo sind denn jetzt die Kopfhörer? Äh... Ich bin total überfragt jetzt. Ich kapiere das nicht. Aber wir müssen doch irgendwie hier raus. Das auf alle Fälle. Das habe ich verstanden. Ähm... Da ist nichts mehr zu retten. Ja, das ist... Hä? Ich verstehe das nicht. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Hm... Ja... Können wir vielleicht die Scheibe einschlagen und dann hier raus? Wäre das eine Möglichkeit? Ah... Okay, okay, okay. Äh... Und jetzt? Jetzt haben wir... Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Ja... Okay, können wir weiter kaputt machen hier? Ähm... Hm... Aber welchen Sinn hätte es... Das zu tun? Ja... Das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Irgendwie verstehe ich das jetzt überhaupt nicht. Was haben wir denn hier noch? Ähm... Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter! Ja... Das... Ich verstehe das jetzt nicht. Das muss mir einer erklären. Was haben wir denn hier noch? Haben wir... Was haben wir hier... Pff... Was steht da? Mann, das ist zu dunkel! Hm... Kann ich nicht lesen. Ist ja jetzt auch egal. So... Ähm... Und jetzt? Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter! Hör auf zum Meckern, Mann, du Meckerfritze! Ähm... Daran beißt sich meine Schere die Zähne aus. Da holt sich auch kein Zacken aus der Krone, will ich sagen, ne? Haha! Ähm... Fleisch mit dem Topf... Das ist nicht der Deckel zu diesem Topf! Auch nicht... Irgendwie... Hm... Topflappen... Wozu? Die Glocke ist eiskalt! Oh... Eiskalt... Können wir irgendwas... Irgendwas machen? Oder so? Made in Popstadt! Auf J7 Minor bestimmt! Okay, komm... Harvey, sag was dazu! Was hältst du von dieser Glocke, Harvey? Meine Glocken sind größer! Harvey, benimm dich! Was denn? Ich bin ein Ostertier! Ich liebe Glocken! Süßer die Glocken, die klingen! Ja, das... Ähm... Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter! Ähm... Dann sag mal was zu ihm! Was denkst du, Harvey? Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn! Er ist vollkommen gestört! Naja... 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 Das würde ich jetzt nicht sagen! Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So darfst du nicht denken, Edna! Du wolltest nur das Beste für alle! Hm... Pfff... Ja... Was fällt dir zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey? Es würde... Schöne Scherben geben! Ja, aber diese Scherben... Ja... Ähm... Da kommen wir ja selber nicht dran! Von daher... Ähm... Hm... Wozu? Es ist kalt! Hätte ja klappen können! Gut! Ähm... Können wir ihm eins überbraten? Mach ja keine Dummheiten! Mensch, tu uns doch allen einen Gefallen und spring und halt die Klappe! Mann! Du nervst! Ähm... Komm, hier kriegst du einen Topf! Hier! Diese Suppe habe ich mir vielleicht wirklich selbst eingebrockt! So darfst du nicht denken, Edna! Du kannst nichts dafür, dass bei ihm der Sicherungskasten unter Wasser steht! Ich habe ihn freigelassen, Harvey! Und dabei wusste ich doch, dass er verrückt ist! Ich weiß wirklich nicht mehr, ob das alles so gut ist, was ich hier mache! Doch, du erfüllst auf jeden Fall einen guten Zweck! Das auf alle Fälle! Ähm... Ja... Also irgendwie... Das macht für mich alles im Moment nicht sehr viel Sinn, was hier passiert! Ich... ähm... Hm... Was tust du da, Harvey? Hm... Ich demonstriere, dass ich nicht einmal die Klappe halten kann! Aufs Eindrucksvollste! Hm... Hm... Okay, dann, ähm... Ich benutze Harvey mit... Was haben wir denn hier? Äh... Aber die Orgel... Irgendwie die Orgel können wir uns auch nicht ansehen! Hm... Guck mal, Harvey! Ein Kassettendeck! Oh nein! Und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei! Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel! Ja... Aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln! Oh... Ähm... Ist da übrigens... Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören! Kann man das Georgel nicht mehr hören? Moment... Müssen wir vielleicht... Ähm... Das Ganze aufnehmen? Vielleicht hat das ja den... Sinn oder den Effekt, dass wir... Hm... Also ich... Noch verstehe ich das hier überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen! Ähm... Ich habe keine Ahnung! Ich bin total überfragt! Hm... Ist hier vielleicht... Schauen wir uns mal mit Harvey alles an! Guck mal, Harvey! Eine Stereoanlage! Denkst du, was ich denke? Party! Party! Party, Party! Party geht ab hier! Die Party geht ab! Was hältst du davon, Harvey? Ein Buch? Langweilig! Ich will Ballerspiele auf der Konsole! Nein, keine Ballerspiele! Also... Ballerspiele sind überhaupt nicht meins! Also jeder, wie er will, aber... Ähm... Hm... Naja... So, äh... So, äh... Soll er sich mal die Poster anschauen? Was hältst du davon, Harvey? Wow! Jesus Zombie-Massaker! Meine Lieblings-Trash-Metal-Band! Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Ja... Die Jungs sind heiß! Ja... Heiß wie heißer Kakao! Woah! Was hältst du davon, Harvey? Wow! Hudson-Platz-Crew Siegen! Meine Lieblings-Punk-Band! Hahahaha! Hudson-Platz-Crew! Ach ne! Ach ne! Ach ne! Ach ne! Ähm... Gehe zu! Ach so Lichtschalter können wir nicht benutzen! Alles klar! Ich bin wirklich... Ich hab keine Ahnung! Ähm... Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Yeah! Ja... Ähm... Orgelpfeifen... Wie die Orgelpfeifen! Voll wie Pfeifen sind das! Das sind voll wie Pfeifen! Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesen-Peruaner! Hahaha! Alles klar! Alles klar! Also bin ich mit dabei! Genau! Für Riesen-Peruaner! Ja, ich... Ähm... Bin immer noch total überfragt, was das Ganze hier jetzt wirklich soll! Ähm... Ich... Ich verstehe das auch gar nicht! Also das ist... Ähm... Hä? Ähm... Äh... D? Was? Ach, hier unten wird doch angezeigt... Ach, warte mal! Sind das hier... Warte mal... Hier... D... Ach, das sehe ich ja jetzt erst! Ähm... Okay... D... Äh... 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 Ja... Äh... Ja... Ich... Hab immer noch keine Ahnung! Ähm... Ich... Bin total überfragt! Ähm... Ja... Ja... Äh... 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 Ja... Musik Hey, das rockt! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Hm. Also irgendwie, das scheint auch nicht zu helfen. Ich verstehe es nicht so. Ähm. Hier tut sich auch nichts. Ja. Ähm. Ich bin total überfragt, Freunde. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, was hier Was war das jetzt? Ähm. Moment mal. Moment mal! Das, äh. Die Kopfhörer. Ähm. Moment mal. Können wir die? Warte mal, warte mal, warte mal. Können wir die benutzen? Hä? Was sind denn? Äh. Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Ach, Moment. Vielleicht können wir... Oh, oh. Wie gehen wir mal wieder runter? Ich probiere mal was. Hallo? Können wir hier nicht runter? Äh. Gehe zu Luke. Irgendwie. So, jetzt... Probieren wir das nochmal. Äh. Wo war's? Wo war's? Jetzt habe ich... Hier. 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 Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ja, ich habe jetzt gedacht irgendwie... Entschuldigung, dass ich jetzt nichts gesagt habe, aber... Ich verstehe es nicht. Das ist mir zu hoch. Was ist denn, wenn ich hier irgendwas benutze? Ich bin total überfragt, Freunde. Irgendwie... Ich bin einfach... Ich habe echt keine Ahnung, was das hier soll. Und warum? Und wieso das Ganze? Ich bin echt überfragt. Also ich kapiere das wirklich nicht. Absolut nicht. Es ist mir zu hoch. Und... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wie es geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich bin total... Das ist doch totaler Quatsch hier. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Oh Gott, Freunde. Quatsch. Leute, Leute. Ich weiß nicht weiter, weiter, weiter. Ich weiß nicht weiter auf der Karriereleiter. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören.